Hi, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier gerade in der Nähe von... Oh! Hi! Steige ein! Hi und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich fahre gerade mal im Auto. Ich bin in der Nähe von... Oh! Hi! Hi! Wie geht's? Wie geht's? Hey! Was bist denn du hier? Steige ein! Hey! Ja? Alles klar, oder? Alles klar, ja. Sehr gut. Herzlich willkommen in meinem Auto. So ein Zufall aber auch. Okay, fahr mal weiter hier. Ich kann jetzt nicht auf der Straße stehen bleiben. Nee, gut, dass du mich mitnimmst. Ja, kein Problem. Ich erkläre ja gleich, was abgeht. Weiter geht's. Du liegst wie raus aus dem Auto. Ganz schön windig hier. Ja, Freunde. Zufälligerweise habe ich hier Nicole auf dem Weg her getroffen. Ja, voll zufällig. Kanal Nicole Outdoor. Schaut mal, Videobeschreibungen habe ich alles verlinkt. Und wir gehen jetzt mal zusammen hier ein bisschen auf Tour und so weiter. Schauen wir mal. Da oben befindet sich auch noch ein See aus vergangenen Tagen in dem Sinne, als dass wir schon mal waren im anderen Video. Aber mehr verreist ja nicht. Ich seid gespannt, wo wir sind. Los geht's. So, wir sind hier gerade schon die ganze Zeit diesen Weg am Hochlaufen und wunderschöne Bäche etc. sind hier auch die ganze Zeit am Gletschern. Schöne Stimmung entsteht dadurch. Genau. Schaut mal hier. Wow. Nicole hat gerade schon bemerkt, die ganzen Bäume etc. hier voller Moos richtig schön zugebuchert. Ja. Und das bringt einfach so einen ganz speziellen, märchenhaften Flair rein. Schaut es sich mal an. Auch da drüben sogar die Buche. Ja, die Äste auch und alles mögliche. Steine voller Moos. Ja, mega schön. Aber das liegt einfach an der Feuchtigkeit. Hier gibt es viele Quellen im Boden. Hier gibt es viele Bäche, die sprudeln etc. Und wenig Sonne, die hier kommt. Ja, richtig. Das sind die Moosbedingungen. Die braucht es. Ohne Moos nix los. Wenn man da runter schaut, sieht man sehr viel Schaum auf den Bach drauf. Sieht ein bisschen nach Chemie usw. aus, aber das kommt in der Regel von natürlichen Stoffen. Ich kenne mich jetzt zwar spontan nicht so gut aus, aber es gibt natürliche Stoffe, die in der Natur sind, die das bewirken. Und deswegen schäumt es da unten. Aber sieht schlimmer aus, als es ist. Macht gar nichts. Ich kenne mich aus. Ihr seht jetzt hier wahrscheinlich gerade eine richtig schöne Szene von uns, wie wir da einfach einen Weg lang laufen. Aber natürlich alles nur gestellt, weil ich muss ja nachher nochmal zurücklaufen. Ich kann auch zurücklaufen. Oder du. Und dann die Kamera holen. Das bedeutet in Wahrheit, naja, gestellt würde ich nicht sagen. Wir laufen ja wirklich hoch. Aber wir sind gleichzeitig. Oh, die Kamera. Oh mein Gott, ich gehe nochmal zurück. Ja, okay. Kann ich so lange entspannen, so wie meine Kamera holt. Ach ja. Schöner Tag heute. Ich bin hier auf dem Stecken. Dann fragt sie sich, wo ich bin. Oh nein, richtig dumm hier durchzulaufen, weil diese Sträuch sind voller Zecken. Ich kenne mich da aus. Aber, ja, so. Jetzt schauen wir mal, wie sie jetzt reagiert, wenn ich auf einmal nicht mehr da bin. Hast gedacht, sehen wir das? Guck, dass hier ein Bein gepumpt hat. Einfach eine Kamera, ne? Wow. Jetzt kommen wir eigentlich nochmal so, wie am Anfang, dieselbe Szene nochmal so. Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin hier begreut. Ah, Nicole. Was machst du denn hier? Ich bin unterwegs. Ich habe die Kamera im Wald gefunden. Die gleiche hatte ich auch mal. Echt? Okay, ja. Nimmst du jetzt meine? Okay. Diebstahl. Wir sind gerade ein bisschen hier am Zweifeln, ob das hier überhaupt der richtige Weg ist. Ja, ob das verlaufen ist. Ich bin es wieder schuld. Ja, ne, ich kenne mich hier zwar aus in der Gegend. Aber wir wollen eigentlich gerade hoch zu einem gewissen See. Und wir sind aber gerade nicht ganz sicher, ob wir an der richtigen Stelle abgezweigt sind. Deswegen laufen wir uns auf. Mal ein Stück hier weiter. Gucken wir mal, wo wir hinkommen. Und wenn das nicht die richtige Strecke ist, dann drehen wir mal wieder um. Wir sind gerade so ein bisschen am reden. Himbeeren gegen Blaubeeren. Was wir mehr mögen. Ich mag beides. Aber ich finde Himbeeren einfach noch besonderer. Mach ich noch lieber. Du? Ja, das Ding ist. Eigentlich würde ich bevorzugen Erdbeeren. Ja. Aber Erdbeeren gelten ja offiziell nicht als Beerenfrüchte. Offiziell nicht. Richtig. Aber Himbeeren halt auch nicht. Ja. Deswegen ist gerade egal. Können wir Erdbeeren auch gelten lassen. Ja, dann Erdbeeren. Ja? Erdbeeren eindeutig. Ja und Himbeeren versus Heidelbeeren. Heidelbeeren. Ich weiß nicht. Himbeeren manchmal, wenn die dann so, diese Härchen. Ich mag das einfach nicht aus der Zunge. Aber Aroma. Rein vom Aroma. Ja, Aroma ist schon geil. Ja. Ja. Auch besser als Blaubeeren, würde ich sagen. Obwohl bei Blaubeeren kann es auch so sein, du hast welche Zähkischmecken und welche so kleine Süße. Ja. Die sind schon besser. Also Himbeeren würde ich sagen, eher mal so auf Platz 1. Ja, Erdbeeren schon eher auf Platz 1. Nö. 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 Eher so auf Platz 5. Auf Platz 5. Ja, was Dazwischen? Was ist die Beerenfrüchten dazwischen? Braubeeren. Ja, Braubeeren. Preisebeeren. Gehannisbeeren. Du hast doch damals im Livestream irgendwie gesagt. Was habe ich gesagt? Irgendwas. Meine Preisebeeren, hä, sind das Himbeeren? Ja. Man hat es nicht so richtig erkannt. Einfach nur. Ja. Weil ich wahrscheinlich war die, ey, das geht auch mal hin. die einfach zu uns schauen, wie auch man da passt. Vielleicht. Aber was war das denn am Ende? Kreiselbeeren waren das. Alles klar. Alles klar war wichtig zu sagen. Ja, eine kleine Debatte hier, einfach mal Denkanstöße geben für den Alltag. Ja, in dem Sinne, schönen Tag noch. Ich gucke jetzt hier thematisch passend. Ja, sogar Erd bin dabei. Wow, aber das ist wirklich mehr oder weniger Zufall. Ja, wirklich. Weil dir ist ja gerade wieder eingefallen. Stimmt's? Ja. Na wirklich jetzt? Ja, wirklich. Wir stellen ja nichts. Der Punkt ist halt, wenn man was gar nicht ironisch meint, aber die Leute glauben dann nicht, dass man es nicht ironisch meint, obwohl es wirklich nicht ironisch meint. Weißt du, was sie meinen? Ja. Also in dem Fall hatte sie wirklich vergessen, dass sie Erdbeeren... Willst du eine Erdbeere haben? Also ist ja bei dir Platz 5. Platz 5. Ich würde dir einen anbieten. Du kannst sogar die große nehmen. Das sind die da. Dankeschön. Dankeschön. Du musst jetzt wieder so übertrieben kauen, damit es auch richtig rüberkommt. Okay, für Platz 5 war ich ganz gut sogar. Ja. Platz 4,5 würde ich sogar sagen. Ja, genau. Jetzt entspannen wir hier, machen eine kleine Pause gerade. Vögel sind am Zwitschern. Ein paar Motorsägen auch im Mittelgrund. Und ja, das genießen wir uns einfach ein bisschen. Noch ein paar Zecken aufsammeln. Guck mal, ich mache eigentlich gerade so richtig schöne... Ich versuche jetzt gerade so Ironie und Sarkasmus so mal so beiseite zu lassen. Und dann direkt dir so... Nein. Spruch in die Fresse rein. Aber... Du musst rauschneiden. Nein, das ist nicht schlimm. Ich bin auch oft so... Ganz ehrlich, mich nervt es auch manchmal selber an mir, wenn ich dann... Ich selber nicht ernst bleiben kann. Ja. Ich kann zu lange nichts Ernstes sagen. Ich muss irgendwas Blödsche wieder sagen. Von daher kann ich es gut verstehen. Ja. Ja. Genieß mal einfach ein bisschen hier. So, jetzt laufen wir da nochmal ein Stück zurück. Nachdem gerade eben uns klar wurde, nein, dieser Weg führt nicht dahin, wo wir hinwollen. Laufen wir nochmal ein Stück zurück. Es gibt nämlich eine Abzweigung, die man richtig erwischen muss. Ich war schon so oft hier. Aber... Ja, ja, ja. Bald sind wir da. So, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur unterwegs. Da oben steht sogar Glas, Wald, See. Ja, ich habe die Schuld auch schon noch nicht genommen. Ja, das passiert halt. Jetzt aber ich vertiefen wir rum. Nö, das bleibt für immer geheim. Auf jeden Fall, jetzt sind wir wieder auf der richtigen Spur. Da kommen Leute. Ich höre mal auf zu filmen. Ich finde es unangenehm zu filmen. Ja. Wir hatten es gerade schon davon extrem unbefriedigend, wenn man hier die Folie abzieht. Aber es zieht nicht die eine Fläche ab, sondern es bleibt so ein Fetzen an der Seite zurück. Oh Mann, ey. Wow. Beinahe umgekippt gerade. Ja, Kunst der Balance. Wow. Aber jetzt gibt es erstmal eine kleine Mahlzeit. Diese Roggenbrot wird hier. Sesammousse. Jetzt ist das hier reingetaucht. Ich hab das noch nie jemanden so essen sehen. Willst du auch mal probieren? Nee. Ich mag Sesam gar nicht, nee. Aber Sesammousse. Manche Leute mögen ja auch Kartoffelbrei, aber keine Kartoffeln. Echt? Nee. Du verunsichst aber. Ja, eben. Aber... Du kleckerst voll noch. Alles passt rein hier. Wenn du filmst die ganze Zeit, wenn ich esse, also vorhin die Erdbeeren, die Erdnüsse, dann ok nicht die ganze Zeit. Ist jetzt Zufall. Ja. Es geht ja immer um mich drum, beim Essen zu filmen. Ja, ich bin nur... Für so als Produkt hier. Immer wenn du ischst, dann direkt so drauf halten. Ja, ich muss dann aber auch diese übertriebenen Schmerzgeräusche vielleicht da machen. Bäh. Widerlich. Nee, aber die Leute würden... Ich kenn das selber, wenn ich ein Video anschaue, dann sagt der so... So, jetzt machen wir eine Pause und so... Oh nein. Jetzt machen wir eine Pause und so weiter. Dann denk ich ihm so... Ist jetzt. Ist für mich. Ich will das sehen. So, und so weiß ich halt auch, dass viele Leute sehen wollen, in dem Video, was man macht. Ja. Ja. So, die wollen einfach diesen Moment der Befriedigung, wenn man reinbeißt. Ja, ok, warte. Das nervt mich aber auch bei Kochvideos. Manche, die kochen was. Die essen das nicht. Ja, der Koch macht so einen richtig... Ich muss mal erklären. Der macht so einen richtig üppigen Burger hier. Und dann so, beiß rein. So, und dann ein Video zu Ende. Oder nur so ein kleiner Baby happen. Anstatt so richtig herzhaft reinzubeißen. Ich verstehe es schon, aber gleichzeitig nervt es mich auch. Ich denke mir, ich bin ja nicht euer Zirkus-Essaffe. Aber trotzdem... Ja, komm, jetzt hier zwei-minütige Gespräche jetzt über sowas gehalten hier. Mahlzeit. Jetzt sind wir gleich da. Und... Ja. Dann können wir live die Reaktion filmen. Von mir. Ja. 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 Hier zum ersten Mal in Glaswaldsee. Sieh ich. Und... Schön, oder? Ich hab ihn noch nicht ganz gesehen. Weißt du. In meiner Erwartungshaltung so wow. Und die Realität dann so. Ne, aber schön. Glaswaldsee, sehr schöner See. Und ja, toll. Tolle Bäume reingefallen. Laufen wir einmal außen rum. Aber ich würde sagen, gehen wir auch schon mal hier lang, weil gerade da gibt es auch so ganz tolle Bereiche mit knorrigen Wurzeln und Pipapo etc. Richtig schön. Oh, okay, Sackgasse. Hier gibt es eine Sackgasse. Wagt diesen Sprung. Man könnte runterspringen, aber ich mache es halt nicht. Du? Ohne Kamera würde ich es vielleicht machen. Ja, da haben wir schon eine Ausrede. Laufen wir außen rum. Nein, spring ja nicht. Guck mal, das sieht mega schön aus. Wie hier der Blütenstaub solche Geschichten bildet. Klappt, oder? Ja, ja. Bestimmt kurz, also während ich den Blütenstaub gefilmt habe, so kurz außen rum gelaufen bestimmt. Ja, die jungen Leute, die haben noch Agilität und so weiter. Bin zu alt für sowas. Wie sie sich jetzt freut, so. Haha, ich habe es gemacht, obwohl er gesagt hat, ich soll es nicht machen. Oh, wie schön. Schau mal hier, so richtig voll zugewachsen und so weiter. Alles hier. 8246. Wow. Geil. Hier wachsen die Heidelbergsträucher, Fahnen etc. Alles wächst ja einfach auf dieser richtig verzauberte Staumauer hier. Seht ihr das? Sieht aus wie verzaubert aus Märchen. Und hier direkt weitere Märchen, Stellen, neue Gewurzeln, alles. Bitte? Der Blick ist krass. Hier, der Blick ist krass auf jeden. Richtig schön. Schaut es euch an. Ja. Sind zwei Insel da hinten? Ich glaube schon, ne? Klares, schwarzes, schwarzes Wasser, muss ich gerade sagen. Aber so schwarzes, misteriöses Wasser einfach. Ja, guckt hier, und so ein sanfter Abfluss. Nicht so nervig laut rauschender, sondern ganz sanft vor sich hin und plätschender. Sehr schön. Ich mag ja an für sich schon sehr gerne das zarte Grün des Frühlings und ich mag auch sehr gerne Heidelbergsträucher, die übrigens richtig hoch sind. Aber hier kommen einfach beide Sachen zusammen. Hier kann man einfach laufen durch ein Meer aus knallgrünen, frisch ausgetriebenen Heidelbergsträuchern. Sieht einfach so wunderschön aus. Jetzt kann ich gar nicht glauben, dass sowas hier wirklich gibt. Schau euch das an. Sieht echt noch mal toller aus als im Video. Aber im Video bestimmt auch wunderschön. Wie Wolken. Seht ihr das? Kleine grüne Wolken. Hammer. Und schön am entspannen auf der Bank hier. Ja. Ja, du auch hier. Ja. So ein Zufall mal wieder, gell? Ja. Richtig schöne Stelle. Hier sieht man auch gerade die Heidelbeeren. Die Heidelbeeren sind am blühen. Wunderschön. Kleine rosa Blümchen. Und schaut mal. Tausende davon überall hier spicken diese Büsche. Das werden später alles mal heilt werden. Musik 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 Gebt euch den Tisch hier. Aus abgesägten Bäumen oder aus den Baumstämmen, Baumstümpfen halt. Wir bauen hier Möbel. Gezimmert. Wir können hier schön seine Brotzeit abhalten. Auf diesem rustikalen Tisch. Ja, sehr gut. Musik 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 Jetzt haben wir unsere Runde um den Glasfahrtssee gedreht. Wir haben uns voll gegründet. Ja, die volle Runde. Einmal komplett außen rum und jetzt nochmal einen letzten Blick zurück. Ja, alles klar. Haben wir es auch abgehackt. Das ist wie so eine Pflicht, die man erfüllen muss. Ja. Nein, natürlich nicht. Aber ja, war schön. Und jetzt laufen wir mal wieder entspannt hier runter. Aber ich denke an der Stelle beende ich auch das Video, weil ich gerade einfach nichts mehr zu sagen habe. Du? Na ja, auf jeden Fall, dass die Leute einen Daumen nach oben lassen sollen. Ja, ja. So was. Damit ich auch nochmal wiederkommen darf. Ach so, ja. Schaut auf Ihrem Kanal vorbei. Link in der Videobeschreibung. Bis bald. Ciao. 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 Amen.